Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Es kommt rein. Mann, scheiße. Hast du gesehen, was da drin steht? Noch nicht alles. Was siehst du? Das ist alles. Stadtbeamte. Gewerkschafter. Gefakte Verträge. Auszahlen. Meine Güte. Sechs Loks. Eine Menge Online-Erpressung. Ein Moment. Hier. Hier ist das CDOS. Du musst näher ran. Die Sendung wurde vom NDR live. Dieser Irak war ganz schön fleißig. Er hat ein paar solide Dokumente hier. Sieht aus, als hätten CDOS-Manager das Netz benutzt, um die Wahl zu manipulieren. Damit dieser Rushmore den Job bekommt. Korruption in Chicago. Überraschend. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Wir sind in der gefälschten Wähler. Sie haben echt verhalten Kot benutzt. Keine Ahnung, was das ist. Viele Geheimnisse. Die Presselkram. Sie kommt über Meer. Wodach schlugen wir die eigentliche genau? Ein Video. Von einer Frau. Sie ist jetzt tot. Aber etwas an dem Video war gefährlich genug, um mich und meine Familie anzugreifen. Sie sind tot. Die Presselkram. Sagt mir bitte, dass wir alles haben. Würde ich schon sagen. Jedenfalls alles, was dein irrer Freund wollte. Und diese lächelnde Frau? Gibt es fast wieder Aufnahmen? Nein, Mann. Jedenfalls keine, die ich sehe. Sicher, dass die auf Iraks Server waren? Nein, aber er wollte sie von jemandem stehlen. Nur verfehlen. Zentrale, welche Art Notfall liegt vor? Das ist ein Notfall. Schicken Sie die Bullen her. Hallo? Sind Sie noch da? Hallo?